Jo Leute, willkommen in einem neuen Video von mir. Ich bitte hier euer, ja, äh, dummes Kind sozusagen. Ähm, oh, ich muss das Teil mir noch wegschieben. Äh, jo. Heute spielen wir mal eine Runde des Royals. Und wenn ich nicht viel rede, dann, ja, keine Ahnung. So, wir springen mal hier direkt am Anfang raus. Das sind immer schöne Plätze. Ja, komm, komm, komm. Die Waffe ist so schlecht, ja. Nein, ich hab nur 15 Leben. Ich bin wahrscheinlich immer, wenn ich die Folgen mache, zwei Runden oder so. Das wird hier sozusagen eine Serie. LOL! Das hat sich nicht gespuckt. Nein. Ah, ich hab doch schon drei Rins, wie ihr zwar noch nicht gesehen habt. Ich glaube, dass wir vielleicht am Ende des Videos zeigen, mein Profil so. Junge, ich hab ja lange überlebt, ne? Ah, ich hab ja lange überlebt, ne? Eine Skar, mein Bestand? Oh, Mann. Easy. Easy. Jetzt muss er aber hier weg. Ich hab nur zwei Leben. Nein. Mann. Komm, spielen wir noch eine Runde. Die Folge geht gerade mal zwei Minuten. Ich kann euch ja vielleicht auch mal mitnehmen, wenn ich Pokémon Go spiele. Vielleicht ist das auch cool für euch. Schreibt es doch in die Kommis, ob ihr wollt, dass ich für auch mal Pokémon Go spiele. Und euch dabei mitnehme. Und euch dabei mitnehme. Pfff, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Junge, ich bin einfach zu schlecht dafür gerade. Ich weiß selber nicht, was mit mir los ist. Äh, wir können, äh, ja, zwei Spiele in diesem Video spielen, aber ich glaube nicht, dass wir es machen. Ich spiele jetzt erstmal ein bisschen so im Zerial. Ja, und guck mal weiter. Ihr könnt mir ja auch, wenn ihr das selber spielt, oder gespielt habt und gut wart, könnt ihr mir ja auch mal was in den Komisch schreiben, wie ich vielleicht besser lernen kann. Warum ich auch einfach stehen bleibe, ne? Hm, ja. Hier wieder irgendwas abbauen, was langereine. Ja, momentan rede ich eigentlich sehr viel. Ich hab heute halt keine Schule, weil ich krank bin. Ich wusste nicht, was ich anderes machen soll. Dann dachte ich einfach an meinen YouTube-Kanal und dachte, ja, lass mal ein neues Video drehen, weil irgendwie... macht es auch Spaß. Ich hab nämlich sehr viel Spaß an YouTube und, ja... Ich hab nämlich schon mal ein neues Video... Und auch... Ich hab ihn ja auch. Und natürlich, wenn ich nicht da mache. Scheiße. So, healen. Puh, das war knapp. Wir gucken, ob wir noch einen Win raushauen. So, healen. Nachladen alles. Mit dem Vakaten, mit dem Rauchen, müssen wir laufen. Nochmal, ich bin der Kämmer mit dem Lande im Raum. Auf 40 Leute, das ist ein Problem. Ja, gut. Was ist denn? Mit null Munition. Auf jeden Fall gut. Ja, gut. Mein Problem ist, jetzt halt nur die Munition. Scheiße. Ich brauche Munition. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Wie? Äh, Lowry. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das geschafft hat. Aber hey, wie habe ich das gerade geschafft? Die haben alles. Aber nicht zu mir, nur. Egal. Äh, nee, ich liet auch nicht zum Hin. Liegt nun Mun. Da liegt noch Mun. So, da. Cirkel. Oh, geil, 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 geil. Direkt nach Sneaken. Nein. Oh, das wäre so gut gewesen. Hm. Na, da kommt noch eine Runde und dann... Ja. Was ist doch bestimmt. Äh, ja. Ich hoffe, dies machen wir mal einen Win-Win-Situation. Ich kriege gerade schon wieder ein bisschen Kopfschmerzen. Boah. Egal. Na. Easy. 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 Hat sie selbst getötet. Hat sie selbst getötet. Ich muss erst mal wieder hier hin. Uh. Nice, nice. Jetzt haben wir jetzt noch... äh, 35 Leute. Was? Das ist ja so nice gewesen, ne? Nice. Feier, ich übertrieben. So. So. besser heute ist eben gerade eine bürste deswegen also fragte ich jetzt nicht hey lol was war sein auftrag er geht hier rein was war der auftrag ganz ehrlich nicht hab ich immer richtig hart gehasst, weil momentan geht er voll, weil ich jetzt nicht weiß, wie man damit richtig gut umgeht, so taktisch als Spiel, sag ich mal. So, ich will jetzt nicht campen oder so, aber ich könnte jetzt gewinnen, das will ich jetzt halt nicht verkacken, weißt du? Also der hat das jetzt auch mal geguckt, so, nur 10 Leute. Wo ist der Vollpfosten? Ein Spielspark, yay. Das gibt's nicht. Wie konnte der mir jetzt einen Frischen? Scheiße. Flammenwerfer. Easy. Nein! Wenn ich jetzt verk- Pfff. Pfff. Uh! Noch 3 Leute. Und ich jetzt ein Ding und so, ne? Und win hole. Danke. Guck mal, wie klein die Zone auch schon ist. 2 gegen 2. Ich kann's holen, ich kann's holen, ich kann's holen. Ich geh mal an den Rand der Zone, warte bis die kommt, wenn die kleinste Zone ist. Ich werd den so fertig machen. Nein! Jetzt habt ihr alle gesehen, wie scheiße ich bin. Nein! 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 Shit! Aber was ich jetzt schaffen können. Ja, was ich jetzt schaffen können. So, ich würd euch ja nochmal mein Profil zeigen, also da. 3 Wins. Solo. Tja, Top 10 war ich 25 Mal. Wow! Oh, ich hab, äh, Runden hab ich schon 121 gespielt. Kills hab ich schon 162. In Duo hab ich halt 0. Überall 0. Ne, außer einen Kill hab ich da. In Drowns hab ich auch nur eine. Und Squad hab ich noch nie gespielt, weil das hier irgendwie blöd ist. Ja, ich würd sagen, tschau, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt's einfach in die Kommis. Und, ja, lasst einen Like und Abo da, würde mich sehr freuen. Und, tschüss! Und, tschüss! Und, tschüss!